hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial von mir über das thema wie ich meine wie ihr euren microserver erstellen könnt ja mich hat ich kann es ja mal hier zeigen wenn er nichts dagegen hat ja mich hat hier martin hat mich eingeschrieben dass bei ihm kann ich aber zeigen wenn ich jetzt hier mal kommt erst mal ich vermute mal so geht das so ja so wenn man hier eigentlich auf enter klickt geht das spiel los donald als erstellt als brecher erstellt alles fertig ja es gibt es nur ein problem ich glaube bei ihm steht hier immer was war das bett logisch bei ihm immer hier soll irgendwo bett logging stehen ich versuche einfach mal hier auf boss update zu klicken dann enter the game dauert das halbwegs länger machen wir alles von vorne in der zeit versuche ich eine andere lösung zu finden und zwar genau mein kopf und net und ich möchte mal was eigentlich weiß ja nicht ob du das gemacht hast zwar wirst du hier auf torne zwar play minecraft in browser dahinter steuern und da musst du draufklicken das erste das erste das interessiert uns interessiert ja nur der multiplayer server dieses ganze hier eigentlich sogar wenn wir windows 7 haben das ist jetzt nur das hier das heißt ich muss hier minecraft server exe draufklicken wird sie hier wird hier der download gleich angezeigt genau so dann wie gesagt microsoft server in neuen ordner die datei packen hier draufklicken ausführen und so weiter und so fort du denkst ihr wahrscheinlich etwas labert er da jetzt oder ja das hast du schon erzählt ich weiß es kann auch sein dass du das hier gedonnert hast das mache ich auch noch mal kurz aber erst mal brauche ich musik also machen wir machen es mal jene habt ihr ja wenn lady denn 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 ein haben wir haben ich weiß das man es wie Ja, und... Mach ich das eigentlich so? So, das sehen wir uns im letzten Desktop, so. Aufnehmen mal. Ich glaub, das müsste es sein. Kann ja sein, dass Minecraft vielleicht auch nur einen Bock hat. Das heißt, vielleicht müsste ich einfach mal hier, Programmfunktion, einmal genau deinstallieren und nochmal neu installieren. Kann ja sein, Wöhm, Maido. Da, 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 ja. Eine Stunde später. So. Das war, müsste doch, steht bei dir bestimmt. Das hier, oder? Wenn du es vor... Bei dir ist es doch bestimmt das so, oder? Hier ist das Ganze hier. Bla, bla, bla und so weiter, ne? So. Ach, also weg damit. Und bei mir ist es auch so. Hier kann ich mich auch nicht einloggen. Glaub ich, hey. Hier haben wir ein Passwort. So. Genau, bei mir steht das hier. So. Wenn du es so gemacht hast. Das geht bei mir auch nicht. Bei mir im Playoff geht auch nicht. Das war schon nur das mal. Das heißt, entweder das, oder ich hab noch eine andere Idee. Ich hab noch mal kurz eine Kugel. Ich hab glaube ich eine Idee. Ich weiß nicht, ob das glaube ich nicht. Danke, du, für mich zu sehen. Danke, du, für mich zu sehen. See you next time. Wah-ha! Wah-ha! Steht bei dir zufällig, das hier? Weil das hatte ich leider selbst noch nicht. Connected lost. so wenn ich vielleicht einfach mal weiter gucken ich versuche natürlich noch weiter nicht gerne so das ist ja auch ganz oft ist fertig Vielleicht geht's ja mal Vielleicht nochmal irgendwie neu machen Oder Naja Oder hattest du Das hier Kann ja auch sein Ich weiß nicht Ich versuch jetzt einfach mal alle Möglichkeiten aus Google hast ja gesagt Bad Logging Das heißt Es wird Das hier gewesen sein Aber Ich muss sagen Ich kann dir ja leider auch nicht weiterhelfen Vielleicht einfach nochmal Alles runterlöschen Bei Minecraft DSP Hier Oder das hier Entschuldigung Einfach hier nochmal Äh Muss ich einfach nochmal neu downloaden Ne Kann ja sein Server nochmal neu downloaden Vielleicht klappt's ja denn Aber Sonst könnte ich dir auch nicht weiterhelfen Wie gesagt Das hier braucht man nicht Halt nur Diesen Link Minecraft Minecraft Server Excel In Klammern 8 102 Ähm Kilobatt Mehr brauchen wir nicht Hm Ich überlege jetzt gerade Ich kann ja auch nochmal ein bisschen was Im Raum Nicht gucken So Ja Was ich machen kann Ich kann hier einfach mal ein paar Forums Einfach mal bei Minecraft Forums Sehr extra für Minecraft gemacht Für euch Lalalala Hm Ich wüsste sonst gerade auch nicht weiter Hm Oder kommst du eigentlich bei Minecraft rein, über den Server nicht, oder? Ich kann mir das jetzt auch gar nicht... Hm. Also wenn nicht, müsstest du einfach nur mal... Ich würde dir einfach jetzt raten, einfach als version Minecraft. Oder am besten Minecraft, falls du Texturepacks hast, das möchtest du hier auf dem USB-Stick ziehen, halb sozusagen eine Sicherheitskopie, was ich jetzt einfach alles neu machen muss, und alles, was wir mit Minecraft zu tun hat, löschen. Einfach nochmal Minecraft SP, und es bleibt hier... die beiden Sachen hier halt... neu downloaden. Ich möchte dir einfach mal empfehlen. Verraten. Aber sonst ist ich... Leider, leider auch nicht mehr, sorry. Tut mir echt leid, aber... Ich hab getan, was ich konnte. Ich werde natürlich immer noch mal weiter gucken. Wie... Opo, warte... Warte mal, lieber kurz. Wie das? Hm. Ich hab mir gestern Minecraft verkauft. Direkt auf der HP Minecraft. Und wenn ich jetzt... Minecraft-Server... Ja, das kommt bei mir auch ganz oft. Und... Warum mach ich das immer mit mir, mit einem Freund, auf einem anderen Server kann ich gar nicht drauf. Ich weiß auch nicht warum das... Geht bei gekauft nicht und bei... Ich weiß... Wie... Ähm... Version... Ähm... Auch nicht. Hm. 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 Also, was ich dir nochmal sagen kann, wenn ihr jetzt auch... ...Wir eigentlich auch Serverless-Type hier, ne? Hm... Später... Wir haben diese ganze Server hier... ...Kannst du alle vergessen... Alle Server! Weil... Immer so PPP-Server... ...wär ich jetzt reingenommen... Irgendwo stand das hier nämlich... So... Ihr freut euch! Warte mal kurz, ich fahr mal kurz in Pause... So... So... Jetzt gehen wir da... Was ist hier? Hm, ne? Nein... Warte... ... Genau... Genau... ... Ich kann dich gar nicht mit anmelden... Das ist eigentlich auch sehr blöd gemacht... Aber wie gesagt, sonst kann ich dir nicht helfen... Das heißt... Vielleicht einfach mal... ... einen Freund fragen... ... oder andere größere Let's Player... ... oder... ... die auch Tutorials machen... ... vielleicht helfen die dir weiter... ... aber ich kann dir leider nicht helfen... ... tut mir echt leid... ... kannst du mir nochmal schreiben... ... und ja... ... tschau... ... zunächst... ... du erst mal... ... tschau... ... du bekommst extra... ... Abschiebung... ... weil ich hab das einfach nicht gemacht... ... und jetzt kommt ihr dran heute... ... tschau Leute... ... danke fürs Zusehen... ... hoffe euch hat's auch gefallen... ... und nochmal einen kleinen Schritt vielleicht weitergeholfen... ... jetzt kommt ihr noch... ... es geht ab du deal... ... einfach mal, guck mal ein bisschen zu spätieren... ... die denn? ... bis zur flow-prache... ... also wie zum Supertrache... ... wo die denn sie mit demNext... ... die ja schon mal wie denn... ... gab es schon mal